Diesmal bei DVS-TV Lincoln, Aluminium unter Wasser schweißen DVS-Kongress 2015 Call for Papers Erfolgreiche Schweißtage bei Klos Und zweite Fachtagung Welding Trainer 2014 Und damit herzlich willkommen bei DVS-TV Bei Schiffsreparaturen möchte man kostenintensive Aufenthalte in Trockendocks vermeiden Daher wurden Reparaturarbeiten an Aluminium mit einem von Phoenix entwickelten System für das trockene MIG-Schweißen in einer Tauchkammer durchgeführt Die Platinen der Lincoln-Schweißmaschine Powerwave S350 sind gegen Korrosion geschützt Das Drahtvorschubgerät Powerfeed 25M ist klein genug, um durch die meisten Eintrittspunkte zu bilgen und kiel zu passen Für die Überbrückung von Distanzen zwischen Drahtfördergerät und Schweißbrenner gilt Der eingesetzte Superglaze-Aluminium-Draht lässt sich problemlos mit einer Push-Pull-Anlage über 15 Metern transportieren Es wurden die Parameter PowerMode 40 verwendet Gerade erst ist der DVS-Kongress 2014 in Berlin vorbei Da wirft die nächstjährige Veranstaltung schon ihre Schatten voraus Circa 550 Besucher kamen zum DVS-Kongress 2014, um sich über aktuelle Themen auszutauschen Vom 15. bis zum 17. September 2015 finden in Nürnberg der nächste DVS-Kongress und die DVS-Expo statt Zu den Highlights der Veranstaltungen gehört unter anderem die große Schweißtechnische Tagung GST Für elf Themenschwerpunkte, zum Beispiel Arbeitsschutz oder Forschung und Entwicklung, werden Redner gesucht Bis zum 12. Dezember 2014 können über die Homepage des Kongresses Vortragsangebote eingereicht werden Im September fanden bei Klos Schweißtechnik die neunten Schweißtage statt Das Motto der diesjährigen Veranstaltung war Moderne Produktionstechnologien im Landmaschinenbau, Schweißen, Schneiden, Schleifen und mehr Klos reagiert damit auf die wachsenden Anforderungen an landwirtschaftliche Maschinen Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und eine hohe Mobilität sind wichtig für moderne Traktoren und andere Maschinen, die in der Agrarwirtschaft genutzt werden Thema der Schweißtage waren unter anderem die komplexen Fertigungslinien für Hightech-Traktorkabinen Im Zentrum der Tagung standen praktische Vorführungen im Anwendungszentrum, etwa zum Sprühlichtbogen oder zur Lasertechnologie Die GSI und der DVS laden am 21. Oktober zur zweiten Fachtagung Welding Trainer 2014 die Zukunft der Ausbildung in die GSI SLV Duisburg ein Bereits 2009 brachten die Veranstalter die führenden Hersteller auf der Messe Schweißen und Schneiden zu einer gemeinsamen Präsentation der Schweißtrainersysteme zusammen Seitdem entwickeln beide Institutionen die Schweißtrainer weiter, denn sie werden zukünftig Teil der Ausbildung sein Themen der Fachtagung 2014 sind unter anderem integrierte simulationsgestützte Lehr- und Lernkonzepte für die Ausbildung internationale Erfahrungen im Schulbetrieb und die Nutzwertanalyse von Virtual Welding Trainer Systemen Die Teilnehmer der Tagung können in einem Schweißwettbewerb ihre Fähigkeiten am virtuellen Schweißtrainer beweisen Das war unsere Sendung für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Empfehlen Sie uns weiter und bis nächste Woche. Tschüss!